Sieht hier auch so aus, als ob hier was warmer... Ach, dann sind wir Kanickel. Wie kam denn dieses Corrupted-Kanickel an, ey? Das ist echt ne gute... Das war doch während des Blutmonds... ...den Blutmond-Dingens da, oder? Ja. Hier ist wahrscheinlich so ne Mega-Höhle in der Titte. Die wir einfach nur noch nicht aufgedeckt haben. Hammer. Das ist jetzt natürlich sehr super. Scheiß. Das heißt, wir dürfen wieder aufteilen. Was hattest du? Also, ich hatte auch ein bisschen Holz dabei. Und zwar ziemlich viel sogar. Ich glaube, ich hatte bestimmt noch 2x99 von diesen Platten dabei. Ja, okay. Son Goku kann doch fliegen. Ich kann es noch nicht. Warten Scheiß, ey. Da waren wir aber unvorsichtig. Ähm, ja. Hahaha, alles einsammelt. So! Deins. Scheiß will ich nicht. Mit dem, mit dem, mit dem. Hammer, Axt, Fackeln. Ja, bleib doch mal geschmeidig, Junge. Achso. Ich dachte, wer du ähm gesagt hast. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Pisst euch. Shackle. Warte doch mal eben. Warte doch mal eben. Ich muss Fackeln aufteilen. Kannst gedrückt halten übrigens auch. Ah, gut zu wissen. Ein paar Healing Potions. Ich glaub sechs oder so waren das nur. Oder sieben. So viele waren es nicht. Äh. Oh, oh. Oder acht. So. Na, ich glaub das war der größte Teil. Monster Fail. Oh Gott, das will ich nicht mitnehmen. Unsere, ähm. Dinger sind sehr lustig, äh, durch die Gegend geflogen. Unsere Tools. Ja, das stimmt. Hab ich auch gesehen. Ich muss ja grad an Eier kratzen. Moment mal. Mach mal alleine hier kurz. Das wird ja wieder eingefangen. Tripper. Na. Schon wieder? Na. Hardy ist halt immer unvorsichtig bei mir. Komm schon. Boah, Gott sei Dank. Ist auch so nerviger. Hier sind, hier, das sieht so aus, als ob hier was drüber wäre, ne? Weil hier war auch, hier war definitiv was, wenn, mit diesem Loch. Das stimmt. Wir testen's einfach, oder? Ja, okay. Hammer. Das geht ja echt schnell grade voran, Warte. Ja. Jetzt wird Nacht. Ähm. Hm, das, das, das erschwert das jetzt alles ein bisschen. Ja, allerdings. Bau um dein Leben! Jetzt geht's grade halbwegs. Gibt's eigentlich sowas wie ne Uhr? Es gibt ne Grandfather Clock. Ich weiß aber nicht, was die heißt. Äh. Was die macht. Was die heißt? Ja, puh. Hammer. Was ist denn das jetzt hier? Hm. Haben wir überall in der Welt nachher so Stationen an den Himmel. Ja. Sieht doch unfassbar hübsch aus. Jawoll! Nice. Ich seh's zwar noch nicht, aber ich glaub dir mal. Naja. Die siehst du noch nicht. Jetzt seh ich sie. Okay. Rein da. Und danach bauen wir da einen vernünftigen Schützpunkt hin. Obwohl, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben ja den anderen. Gehen wir einfach quer da rüber. Okay, alles Gold, was wir machen, teilen bei uns. Alles klar. Wollen wir uns nicht da rumklappen lassen, wo mich links schauen wird. Was machen wir mit dem Inneren? Würfeln? Würfeln? Würfeln ist ne gute Idee. Moment, da kann man würfeln. Ich hab leider keinen Würfel in der Nähe. Ich auch nicht. Für Kopf oder Zahl machen. Auf, auf, äh. Nach Dingens. Na, nach, nach, äh. Glauben oder Nicht-Glauben. Aber wer soll die Münze werfen, versteh ich nicht. Ich könnte eine Münze werfen, du hast Kopf oder Zahl. Entweder einer von uns gewinnt, der andere nicht. Ja, okay. Äh, warte mal. Ich geh mal eben ne Münze holen. Du kannst ja in der Zeit kloppen. Ach, hier ist eine. Sehr schön. Wir können ja dann die, die, die Eisenblöcke oder sowas können wir trotzdem tauschen. Nur dieses Item, was da drinnen ist. Ja, genau. Okay, äh. Kopf oder Zahl? Kopf. Kopf. Du hast gewonnen. Nice. Hammerhürde! Ha, 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 ha. Oben ist es nämlich schon. Alles klar, dann krieg ich dann halt die nächste und dann können wir halt die ganze Sitzung unterteilen. Genau. Juhu. War nice. Und ganz viel Gold. Moment, hol dir mal das Gold. Ich arbeite mal weiter nach oben. Okay. Hade und ich hatten ja damals diese Höhle so geil ausgebaut hier. Ja, ich erinnere mich. Mein Stützpunkt. Das war echt fett. Verdammt. Ist das Stein oder ist das was anderes? Sieht aus wie Stein. Böde. Das, ich geh. Ich versuch mal zu dem Gold zu kommen. Ja. Ich muss dann jetzt ja dann weiter nach oben gehen. Würde ich gern. Aber wie soll ich denn machen? Ja, bau doch dich mit Holz nach oben. Äh, ja. Mit dem Holz. Warte. Lol. Moment, das ist dumm. Haben wir sonst irgendwie sowas wie Kupfer und so weiter schon geteilt oder so? Weil hier ist glaub ich Ei, Silber. Silber hab ich auch noch. Ich hab halt noch gar nichts an von irgendwelchen Erden. Ich hab auch noch nichts. Alles klar. Ich liebe diese fliegenden Inseln. Oh ja, sie sind reichhaltig. Oh ja. Ich bin auch nur nach oben. Und ich bin vor dir oben als du. Ja. Obwohl ich nur noch Gold sammeln. Was ist das jetzt hier für ne Kacke? Hau dich da nicht in den Tod. Ja. Ja. Das wäre sehr unschön. Ja. Oder irgendein Auge oder sowas. Das wäre schon fast passiert? Ah, nein. Quatsch. Hey, ich höre einen Stern. Ich höre noch einen Stern. Oder ist das der immer noch? Ja. Hier ist auch Holz. Ach so, da kann ich nicht. Das ist ja ne Truhe. Die sieht ja auch immer ganz anders aus. So kommen wir auch gut über die Infektion rüber jetzt. Und jetzt haben wir auch ein bisschen wieder Dirt gesammelt. Mal gucken, was da ist. Lol. Was denn? Man braucht einen Schlüssel. Okay. Ja. Minimieren und gucken, was ein Schlüssel ist. Ja. Das möchte ich jetzt aber nicht. Das wäre ein bisschen doof. Aufnahmepause und gucken, was der Schlüssel ist. Okay. Alles klar. Aufnahmepause. So, da sind wir wieder. Also einen Schlüssel kriegen wir wohl nur von so nem komischen Dungeon Slime. Dafür müssen wir aber erstmal in den Dungeon rein. Das ist relativ kompliziert. Ja und gleich wird die Welt sich verdunkeln. Denn ich bin genau vor einem... Einer Kugel in der Infektion gerade hin, wo ich ran kann. Und blub. Boah, wenn du jetzt so ein Ding... So ein Monster gespawnt hättest, wa? Ich hab nur ne Muskete bekommen. Also. Chill. Und Deathweed. Lol. Todesweed. Ich bring erstmal das Gold weg. Ja. Ich komm auch zu dir. Du bist aber noch so ein paar tausend Feet entfernt. Ja. Ich hab auch gedacht, ich hätte wieder ne Insel gefunden. Weil da war wieder an der Oberfläche was. Aber ist leider nicht so. Jetzt ist da halt nur so ein schönes Nichts nach oben. Cool. Jetzt ist aber grad hier ein bisschen nervig, ey. 23 Gold Ohr hab ich. Ich hab auch was weiß ich wie viel. Guck ich gleich. 24 hab ich gleich. Gerade erstmal... Oh Gott. Hier ist ein dicker... Nein. Hier ist ein dicker Wurm. Fick dich. Jetzt muss ich erstmal wieder einsammeln gehen. Ich hab lediglich... Moment. Das hatte ich 61 Gold und 49 Silber für uns gesammelt. Naja. Das hast du grad so lange schon da hinten... Achso. Das hast du ja aufgeschrieben. Hast du das jetzt gerade verloren? Nein. Natürlich nicht. Aber es ist nicht so tief gelegen, dass ich da nicht dran kommen könnte. Es könnte doch gleich ein bisschen ätzend werden wegen den Eater of Souls oder so, die mich da die ganze Zeit fressen wollen. Dann haben wir wenigstens schon mal gleich mit dir dann ne... mindestens ne Goldaxt. Hoffe ich mal. Das ist ja auch schon was wert. Oh ja. Womit kann ich hier nochmal in der Infektion dieses Zeug abbauen? Welches Zeug? Außer mit dem Dynamit. In welcher Stande. In welcher Axt. Ich glaub dafür mussten wir die Endgegner töten. Weißt du? Dämonite Ohr. Oder Dämonite Ohr. Oh Gott. Das ist jetzt natürlich extrem ärgerlich, dass direkt einer infektet auf mich ein großer Wurm wird. Das ist ein bisschen stressig für die Sachen aufzusammeln. Vor allem wenn du nur 33 Schaden haut. Oh Gott. Ich wünsch dir viel Glück. Ich wünsch dir viel Glück. Ja. Ah! Ah! 22 Leben noch! Oh Gott! Und da ist in die Sachen! Nein, da wird's kommen! Hahaha! Du verdammtes Scheißding! Egal. Zum Glück despaunt der Scheiß ja nicht. Wieso hast du nicht so einen Trank genommen, Fein? Wo? Kurz bevor du gestorben bist. Lass mich überlegen. Ich war schon im Problem. Vorher? Und was du? Ich war schon vorher im Problem. Ein Problem? Achso, du hattest keine Tränke mehr. Ja. Nein, ich musste die schon nehmen. Achso. Jetzt verstehe ich. Boah, super. Jetzt verkick ich schon gegen hier so einen Behinderten-Fuck-Zombie am Anfang, ey. Boah. Ja, genau. Ich musste... Ach komm, sterbe ich jetzt nochmal, ey. Ach. Komm, töte mich. Geil hinzugehen, ey. Komm, töte mich. Du warst Torn in the Half by Zombie. Der gute Jay Goku. Was macht eigentlich gerade der Grey Pete? Ich bin nach links gelaufen. Ich dachte, hier finden wir vielleicht ein paar fallen Stars, aber das hat sich bisher als relativ nicht so schön herausgestellt. Einen hab ich gefunden, aber auch sehr viele von diesen komischen Augen. Und die dich. Ich komm mal besser zurück. Bevor ich hier auch noch verrecke, ey. Okay. Boah. Toll, jetzt hab ich einen Fallen Star gefunden. Ja, geil. Dann würde ich sterben jetzt aber vermeiden. Da hab ich noch einen Fallen Star gefunden. Verdammt. Dann, wenn man sie nicht sucht, kriegt man sie. Okay, ich bin wieder in den Affekt, du halt. Ha. Den hab ich schon mal ausgetrickst. Oh, der macht mir Schaden. Oh. Und die sind schneller als ich. Ja, leck mich. Haben wir jetzt... Soll ich mal mitkommen? Hä? Soll ich jetzt mal die Vollstars abziehen? Ich komm, um dir zu helfen, aber du kannst das auch gerne alleine machen. Na, du darfst natürlich auch mir gerne vorbeikommen und helfen. Ich hab ja eh nichts Pesseres gerade zu tun. Und ich warte daneben. Oh, ist das ärgerlich, ey. Kannst echt nicht zusammen... Kannst echt nicht einzeln mehr laufen hier. Hm. Oh Gott. Jawoll. Ja, ich hab'n Schäcke gekriegt. Ich hab'n Schäcke gekriegt. Ja, geht's jetzt mal. Deswegen hab'n... Jetzt weiß ich auch, wo ich den herab. Vermute ich mal. Ey, sollen wir das hier mal ein bisschen mehr verstecken eigentlich? Na, aber besser nicht. Warum? Bisher kommt eh keiner an den Scheißschlüssel dran. Ja, richtig. Aber das so scheiße aussieht. Lass uns das verstecken. Lass uns das verstecken. Das sieht natürlich auch keiner im, äh... Let's Play, falls dir mal jemand anguckt oder so von uns. Ich hab' leider nicht den guten Boomerang. Ich hab' leider kein Leben. Ach, Mann. Ist das nervig. Ganze 28 am Arsch leben noch, ey. Da geht'n die verkackte Nacht. Zu lang. Oh, by the way, ist hier ne Höhle. Ich brauch' mal hier ne Fackelin. Ich nehm' jemanden mit. Ich zieh' sonst nichts, was da unten ist. Ach, hier ist eh nix. Außer so'n Scheiß-Porten. Ey, da drin kann man den goldenen Schlüssel finden. Ach, da ist er! Naja. Und das ist wieder so'n Leuchtslime. Egal. Okay, das war wohl, äh, nix. Ich glaub' es wird grad' hell, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich hab' auch so'n Gefühl. Ich hab' auch wieder volles Leben. Wie schnell hab' ich denn wieder volles Leben? Wenn du dich nicht bewegst, ist die Regulrate höher. Was? Echt? Das hat man mir zumindest gesagt. Okay. Ja. Das ist schon ein bisschen mehr, aber jetzt. Extrem. Also komm' wir auch nie voran hier! Fickt euch! Fuck Viecher, ey! Kamehameha! Dann willst du's wagen, ja? Ja, wenn ich ungeduldig bin, aber das zahlt sich nur negativ aus. Boah, ja, viel zu negativ. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Guck mal, Peter, den vollen Star überlasse ich mal dir. Das ist aber nett von dir. Die Penner. Nein, hier. Ich bin gar nicht mehr so weit von den Zehen weg, ey. Ich glaub' da war jetzt mein Achter. Nice. Du kannst endlich deinen Spiegel benutzen. Ja, da kann ich mich endlich nach Hause teleportieren. Weißt du, was mir das wert ist, ey? Eine Menge? Oh ja. Ah! Jetzt müsste es nur noch Creeper hier geben, ey. Ja! Ja, dann glaub' ich noch nie tödlich in der Seite. Nee. Mit mir zu essen raschel-raschel. Äh, ein Bonbon. Ich hab' ich den gekriegt? Ja. Was hast du dir jetzt sehen? Ist einmal so ein Ding hochgebaut von mir. Aber nützt uns leider nicht viel. Hammer, die vollen Stars sind hier weg jetzt, oder was? Hammer. Öde. Hier waren nämlich welche. Hier waren nämlich welche. Also, die hab' ich zumindest da nicht drauf. Dann muss ich noch weiter mitkommen? Ja, okay. Äh, wäre ganz... Wäre nicht schlecht. Ich dachte, du wärst am Anfang der Dingens gestorben. Ja, fast am Anfang. Bist du in die Höhle rein? Ja. Oh Gott, wie verrückter. Ich hab' keine vernünftige Waffe für hier. Die können ja nicht, äh, die können nicht an dem... Scheiße. Komm runter jetzt. Da ist das Herz... Ach nee, das siehst du nicht, ne? Nein! Was ist das denn hier? Der hat ein paar, äh... Ein oder andere... Wir sind fast da. Oh mein Gott! Nicht jetzt schon wieder! Nicht jetzt schon wieder! Wo ist er denn? Da. Ach... Da sind sie. Ich seh sie schon. Juhu! Da sind sie. Alles klar. Jetzt kommen wir wieder zurück. Alles klar. Aber jetzt hab' ich auch Waffen. Wir können natürlich auch hier direkt weitermachen. Hab' ich Leben? Ach, ich hab' hier... Okay, lass mich kurz equippen. Aber wir können... Oh fuck. Allerdings hast du unser ganzes geiles Erd. Oh ja. Was wir benutzen könnten. Aber wir müssten ja halt erstmal, ich mein' Was können wir hier groß machen? Nur durch Zufall wieder so'n, so'n Ding öffnen, wie ich das grade hatte. Ja, stimmt. Wir haben eh noch nix dafür. Hammer. Okay, jetzt... Ja, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass du Holz noch hast. Ach am Arsch. Loll. Hier muss man die beschwören, oder? Ja, ich mein' schon. Das sind ganz schön viele Altare. Mhm. Was soll'n das? Und wenn du hier links jetzt die, äh, Höhle entlang gehst, äh, siehst du, äh, das Ding, was ich, äh, aus Versehen in die Luft gesprengt habe. Das bringt's. Hier. Ja, ich seh's. Ach so. Ein bisschen öde. Weil daneben direkt das Herz ist, ey. Schnell hier raus! Na, ich fühl ja auch weg, ey. Na, warte, stand jemand auf uns. So. Ja, ich muss nehmen. Weg hier. Jo. Was steht denn jetzt an? Was machen wir jetzt? Uns Goldsachen bauen. Oh, ja. Eure Rüstungen erstmal. Ich hab ja noch gar nix, quasi. Dann den Endgegner besiegen. Mhm. Mal gucken wir mal weiter. Wir wollten doch... Nein, ne, Quatsch, das ist ja Blödsinn. Mit Inseln können wir jetzt nix mehr anfangen. Na, da können wir halt noch mehr Gold sammeln, ne? Höchstens. Das hat Hardie schon Goldschwerter hatte. Die dann auch verschenkt. Was ist denn mit dem los? Ich weiß auch nicht, wieso der den verschenkt hat. Das auch. Der hat sein Gehirn wohl nicht klick-klack gemacht, äh, äh, von wegen egoistisch. So, hier ist die einzig wahre Insel. Aber ja. Wir machen, wir können einfach so viele Antennen nach oben bauen, dass es sich gar nicht lohnt, jeden, äh, jeden nachzugucken. Ja, das ist vielleicht ein bisschen stressig. Nur wir wissen welches es ist. Aber wahrscheinlich dann auch nicht mehr. So. Trautes Heim. Hübsch allein. Hübsch allein. Hübsch allein. Ja, klar. So. Also, 49 Silber hab ich. Wie viel hast du? Kein. Kein. Also, die Hälfte von 49 ist logischerweise 24. Und Silber. Hübsch, das waren zu viel. Zack. Ich hab dir jetzt schon 13 Goldohr gegeben. Äh, 12. Ich weiß nicht, ob das so klug war. Wahrscheinlich nicht. 12. Hm. Nö, doch passt. 73 durch 2 sind 1 und 36. Hä? Dankeschön. Im Moment. Hier. So. Okay. Okay. Ja, das ist schon mal ein bisschen Yolt. Das jute Yolt. Jetzt hab ich 20. Was mach ich denn mit 20? Was hab ich denn jetzt? Mal ein Goldschwert hab ich ja schon. Bringt uns so ne Gold Pickaxe so viel mehr. Pickaxe Power. Ach, kein Meteorit? Schon mal immerhin. Echt? Ja. War ich das? Oder weißt du das? Steht dabei, wenn du da drüber gehst. Aber wir haben auch keinen Meteoren runter geholt. Wir könnten uns natürlich... Ach ne, Quatsch. Das können wir nicht. Verdammt. Wir können ja noch gar nix beschweren an unserem Scheiß. Warum kann ich ja noch nicht so ein Gold Ding machen? Wie viel braucht man denn? Moment, guck ich kurz nach. Zwölf. Müssen wir zwölf haben, oder? Zwölf und vier Holz. Hab ich kein Holz gerade? Ich hab kein Holz dabei. Das ist das Problem. Okay. So. Ah. Haha. So. Das wär schon nicht schlecht. Ich hab mir die jetzt gebaut. Vielleicht bauen wir die auch. Loll! Blob-Angriff. Ahh. Da noch so Failen dagegen. Also planen noch ein bisschen weiter in der Unterwelt meinen, wobei wofür? Für bessere Rüstung vielleicht, aber wir können noch keine Bosse beschwören, weil wir dafür Dynamit brauchen. Oder die Sachen, die man von den Bossen kriegt. Meinst du es schaffen, es schon gegen einen Boss zu gewinnen? Weiß ich nicht. Können wir nicht sterben, wie wir wollen? Müssen wir erstmal die Sachen... Wie sollen wir denen beschwören erstmal? Ja, weiß ich auch nicht. Fällen wir gar nicht die Sachen. Wahrscheinlich nicht, ne. Verdammt. Ja, ich dachte jetzt, indem man so eine komische... Indem man so einen Ball kaputt macht. Aber wir sind zu zweit, ey. Das könnte ein bisschen kompliziert werden. Ach, Quatsch. Weißt du, was ich mir noch herstellen wollte? Ein Bogen, genau. Jetzt hab ich meine ganzen Sachen weggeworfen. Sehr nice. Ebenstone Block? Was ist denn Ebenstone Block? Das kenn ich nicht. Wieso spielst du denn jetzt Team Fortress, der blöde Adi? Weil ihm das wahrscheinlich zu schwer ist, wenn man die ganze Zeit kaputt geht. Vermute ich jetzt einfach mal sogar wirklich. Könnte sein. Hat man doch schon gesehen, wie der abgegangen ist. War echt witzig. Kann man sich denn nochmal Pfeile machen? Verdammt. Weißt du das noch? Ne. Scheiße. Also meinen könnten wir... Verbrauchen wir doch bestimmt Holz, oder? Pfeile. Loll. Hast du ein bisschen Stein über? Kann ich gleich mal gucken. Ich glaub's fast ehrlich gesagt nicht, aber... Ah doch, hier. Ich hab ein bisschen Stein. Wie viel willst du denn haben? Wo brauchst du denn? Da braucht man doch nur ein bisschen zu doof. Warte, vielleicht kann ich mir schon selbst ein paar machen. Das geht schon klar. Wie gesagt, sag einfach Bescheid. Ich hab ein bisschen... Na, ist schon okay. Okay, äh, meine Tür ist grad aufgegangen, die muss ich kurz zumachen. Wuhaha, Peter wird das jetzt nicht hören. Ja, ich weiß nicht, wie ich ihn beleidigen soll. Ich lass es einfach mal. So, wie der da? Beleidigen ist auch gar nicht so gut. Wie beleidigen? Das war ein ganz netter. Puh, was soll das? Da ist er jetzt auch irgendwie ausgerutscht in seiner kleinen Tür. Wo bleibt er denn? Ach so, ich hab mich ausverlässig gemutet gehabt. Ach, ich mach schon den Alleinunterhalter, das passt schon. Okay.